Willkommen meine lieben Artefaktsammler. Wir haben jetzt alle Artefakte gesammelt und geben diese mal sehen was uns schönes erwartet. Ich grüße dich. Da ist er, der junge Löwe. Die ersten sechs ich habe etwas für dich. Oh reiche Ernte. Gute Arbeit. Neun Artefakte. Du warst ein guter Schatzjäger, Basim. Jetzt kannst du auch so aussehen. Artefaktsammler. Fall geschlossen. Okay. Stahlbarn, Leder, Bauteile. Ohne Trophäe. Okay. Wir haben jetzt irgendwie noch was Besonderes, irgendwie Optik oder so bekommen. Schatzjägerverkleidung. Okay. Das sieht auf jeden Fall auch nice aus. Ja, das ist die Überraschung, die wir bekommen. Könnt ihr euch auch holen. Und wenn ihr das machen wollt, guckt bei uns die Videos auf dem Kanal, würden wir uns freuen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin.